So, wir sind jetzt gerade hier in die Pause gegangen und es weiß auch keiner, dass wir rauskommen, zu diesem kleinen Gefährt. Warum schreien die bei meinem Bruder? Hallo, komm, darf ich ein Selfie mit euch machen? Ja! Das ist sehr lieb, okay, dann mach ich mal ein Selfie. So, das war das Selfie. Hallo, hallo, was machen wir denn jetzt? Jetzt macht ihr ein Selfie mit mir. Okay, dreht ihr euch mal um, dann nehmt ihr euch selbst ins Bild, so, und dann machen wir ein Selfie. Los geht's! So, umdreht, Selfie. Oh, ich seh mich auf ganz vielen Handys hier, ne? Das ist ja geil. Hallo, hallo, hallo! Ich hol mal hier den Schlechteren der beiden Brüder, okay? Bruder, oh, der ist da hinten. Ich versteh's nicht, Bruder, die wollen mit dir auch, lass mal zusammen so. Okay, was denn? Was denn? Ich wollte immer schon mal ein Selfie mit dir machen. So, das ist ein Selfie jetzt, alles klar. Haben wir noch einmal drauf? Äh, was denn? Du, äh, film mal nicht so viel die Klappe. Okay. So? Ja, ja, bei dir ist nicht so schön. Ja, ja, bei dir ist nicht so schön. Ja, ja, bei dir ist nicht so schön. So. Willst du den Song hören? How you break the love of growth. Ja, hier bin ich. Soll ich zu euch kommen? Dann komm ich doch zu euch. Das macht Spaß hier, in Wien. Ja, das macht Spaß hier, in Wien. So, ich glaub wir haben alle, oder? Nein! Was? Was? Wo? Da war ich noch mal! Ist das streng? Na ja, kommst du direkt hier! Die Elf-Rubber! Das ist der Schwer-Klo! Alles Gute! Geil! Wie geht das aus?